Ich finde es einfach eine Stärke, neugierig und offen zu sein und einfach Lust darauf zu haben, Fremdes auch kennenzulernen. Also ich lerne Menschen aus aller Welt bei Wettkämpfen kennen, bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften. Und sich zu sehen, sich zu finden und miteinander alles auszutauschen, das sind eigentlich die sehr schönsten Dinge, die man eigentlich erleben kann. Ich finde es auch sehr wichtig, neugierig zu sein. Also als Kleinkind ist man schon neugierig und es sollte auch wirklich beibehalten werden. Wenn man die Neugierigkeit nicht hätte, dann würde man in seiner eigenen Blase leben. Ich finde es wahnsinnig schön, dass es in Stuttgart und einfach auf der ganzen Welt so landestypisches Essen gibt, verteilt überall, du kannst dir selbst raussuchen. Auf was hast du Lust an dem Tag? Das ist das Besondere auch, diese Vielfalt auch im Essen zu sehen, in den Zutaten, das macht halt aus. Mein Vater kommt aus Martinique und meine Mutter ist Deutsche und ich bin eigentlich ein gutes Beispiel für Vielfalt. Wie gesagt, ich kenne es gar nicht anders, also es gehört in meinem Leben dazu. Es lohnt sich neugierig zu bleiben, die Welt ist so schön bunt.